So, ihr habt schon lang nichts mehr von mir gehört. Liegt wohl daran, dass ich im Moment Urlaub habe. Yay! Und ich chill hier gerade in so einer richtig geilen Hängematte zwischen zwei Balmen. Und ich möchte euch mal meinen Ausblick, den ich hier habe, nicht vorenthalten. Ich schwenke mal die Kamera. Wunderschön, es hat 33 Grad. Wir haben einen schönen Himmelblauen, ein schönes Himmelblaues Meer. Und ja, ich bin gerade Whitsunday Islands. Vielleicht sagt das irgendjemandem was. Aber, ja, hier gibt es den weißesten Sandstrand der Welt. Allerdings nicht, wo ich bin. Dummerweise waren die Fahrten heute nicht mehr verfügbar. Wir sind aber trotzdem auf eine Inselgruppe von den Whitsundays gefahren. Und das ist einfach traumhaft schön hier. Und ja, ich weiß, es kommt ein bisschen spät, aber ich wünsche euch noch frohe Weihnachten und gesundes Neues. Ja, wie gesagt, ich habe hier im Moment nicht so viel Internet. Ich muss für Internet bezahlen, was ich sonst nicht muss. Werde aber die Tage nach Brisbane fliegen und werde dort wieder Internet haben. Werde dann versuchen, dieses Video hochzuladen. Das heißt, wenn ich dieses Video hochlade, wenn ihr es seht, dann bin ich schon in Brisbane, vielleicht auch schon zurück in Sydney. Und ja, ich genieße einfach die Tage hier. Es hat immer mindestens 30 Grad. Es ist immer super schön sonnig. Und bei euch schneit es, ja, ich glaube nicht mehr im Moment. Im Moment glaube ich schneit es bei euch gar nicht mehr. Aber ja, ihr hattet jetzt schöne weiße Weihnachten, habe ich gehört. Was natürlich super schön für euch ist. Ich hatte Weihnachten am Strand. Bilder könnt ihr auf meinem Blog sehen. Und soweit wäre es das jetzt mal. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein gesundes Neues. Und wir sehen uns Mitte des Jahres live wieder in Deutschland. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.